Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Geistlog. Mein Name ist Christoph Bostl und wir haben uns schon längere Zeit nicht gesehen und wir haben längere Zeit nicht über Formate gesprochen, wie ich das gerne mache und deshalb werden wir das in einem Auffischen heute alle Formate von Magic oder fast alle Formate von Magic besprechen. Beginnen wir mit der mit der Reichweite oder beginnen wir mit der Editionen, die wir haben, mit der Editionsgröße, das heißt Standard ist das Erste, worüber wir sprechen heute kurz. Wir haben ja eigentlich nicht über die Bands gesprochen, die es in Standard gibt jetzt. Das ist einmal Emre, Call the Promise End, einmal Reflector und einmal Smuggler-Scopter, sind alle Emergency gebannt worden, eineinhalb Wochen vor Editionsrelease, also der Termin war selbst schon ein wenig komisch gewählt, weil es eh wurscht gewesen wäre, aber gut, war eben der Emergency-Band. Ja, wie wirkt sich das auf Standard aus? Dass, also dass Emre Call gebannt worden ist, das kann ich absolut nachvollziehen, was halt einfach keinen Spaß macht, ähm, ständig seine Turns herzugeben und das ist sehr gut und sehr konstant gelaufen, wie man auch am Meter-Game gesehen hat. Äh, von daher, Daumen rauf, Emre Call weg. Ähm, Smuggler-Scopter ist, glaube ich, so, wie soll ich sagen, ist ein zweischneidiges Schwert. Also Smuggler-Scopter war eine starke Karte und Smuggler-Scopter, ähm, war dominant. Ich glaube aber nicht in dem Ausmaß, dass man es hätte bannen müssen, gerade eben, weil Ether Rewalt, ähm, auch mit Fatal Push eine sehr gute Antwort, äh, gebracht hat und noch mehr Artefakt-Removal mit Decommission, ähm, und prinzipiell eigentlich, ich glaube, im, 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 im Meta-Game Smuggler-Scopter mittlerweile gut aufgehoben wäre. Ich meine, ich weiß nicht, vielleicht übersehe ich ein Deck, das jetzt hart overpowered wäre, aber Zwergenfetzen hat halt Heart of Kieran dazubekommen und, ich glaube, mehr als vier Smuggler-Scopter, zwei Heart of Kieran, hätte auch niemand gespielt. Aber wurscht, sei es. Also, ich bin kein Fan vom Smuggler-Scopter-Ban. Ich habe selber auch gern gespielt, Smuggler-Scopter, gerade die Loot-Ability ist dann auch Skill-Testing, außer man hat halt das Land, das man nicht braucht, dann ist man das Land weg, aber ansonsten kann man mit Smuggler-Scopter auch viel Blödsinn machen, wenn man einfach die falschen, die falschen Karten diskertet. Und die letzte Karte, die gebannt worden ist, und das, äh, verstehe ich nicht, Reflektor-Mage. Also, es gibt, es gibt das, äh, Argument, dass einfach Reflektor-Mage einem potenziellen Tempo-Deck so viel Tempo gegeben hätte, dass der Gegner nicht nachgekommen wäre. Einfach, weil man alles Mid-Range-ige, was keinen Enter-the-Battlefield-Effekt hat, ähm, bouncen kann und halt komplett aus dem Spiel nimmt. Deshalb wurden eben auch so Sachen wie Kalithus und sowas eher weniger gespielt im Reflektor-Mage-Metagame. Ich glaube, wenn man Reflektor-Mage hätte bannen können, wäre es im Metagame mit Collected-Company gewesen, äh, aber sicherlich nicht jetzt. Also, das verstehe ich gar nicht. Von daher haben wir drei Bands, Emre, Kohl, gut, Smuggler-Scopter ist vertretbar, ich bin kein Fan davon, Reflektor-Mage, glaube ich, ist nicht richtig. Aber gut, lassen wir die Bands mal beiseite. Wie schaut das Metagame derzeit aus? Ähm, lustig eigentlich. Es gibt einige Decks, kommen wieder auf, wie das grün-weiße Token-Deck. Ähm, das ist jetzt wieder sehr gut spielbar. Ähm, wir haben ein Combo-Deck im Meter, ähm, mit dem Saheli-Guardian-Combo, was alles nur in Sorcery-Speed, ähm, interagiert, oder in Sorcery-Speed halt die Combo machen kann. Von daher ist das auch gut, dass man eben nicht überrascht wird, wie in Modern mit Splinter-Twin, wo man dann end of turn von DC-Weck-Sache überrascht wird und im nächsten Turn Twin und die Sache jetzt erledigt. Ähm, ansonsten ist das Meter sehr offen und es kann noch ziemlich viel kommen. Ja, also, also ich bin ein großer Fan von Schwarz-Weiß-Control wieder, weil die eben mit Fatal-Busch auch eine coole Karte dazu bekommen haben, mit, äh, der Johannes-Expertise, ähm, überhaupt die Expertisen werden wir alle sehen. Ich hoffe, ich wünsche mir, dass es ein Artefakt-Deck gibt mit Tethered, weil der einfach cool ist und weil auch Tethered's Touch und sowas, äh, sehr cool designte Karten sind. Also prinzipiell Standard ist wieder interessant, nach dem Ban, nach ETH-Revolt-Release. Von daher, jeder, der gerne neue Decks baut, ist jetzt gut aufgehoben darin. Wer gerne Decks baut, ist vielleicht auch die richtige Überleitung. Das nächste Format, über das ich kurz reden mag, ist Frontier. Ihr wisst, ich bin ein großer Fan von Frontier. Ähm, ähm, das Format ist einfach richtig cool, das setzt sich jetzt auch langsam weltweit durch, also es gibt immer mehr Shops, ähm, und Turnierveranstalter, die Frontier eben zu regelmäßigen, äh, äh, die regelmäßig Frontier-Events veranstalten, ähm, einfach weil man alle seine Favorite-Decks aus den letzten paar Standard-Seasons spielen kann, ob das jetzt, äh, Company-Decks sind, also Band Company oder Relay-The-Ancestors, äh, Upsan, J-Sky Black, Mardukreen, äh, J-Sky Flyer, whatever. Nur S-Bar-Dragon gibt's noch nicht. Aber, das mit, äh, Fettel-Push vielleicht auch eine Möglichkeit. Auf jeden Fall, ich klicke jeden, der gerne Standard spielt, und jeder, der so Pet-Decks hat, aus den letzten, äh, paar Seasons an Herzen, spielt's Frontier. Die Community, die wir da haben im Spielraum, ist auch super nett, ähm, ist, bis dato hat's bei jeder, äh, bei jedem Frontier-Turnier auch coole Gewinne gegeben, ob das jetzt ein Kataklystic-Gier-Hulk war, oder eine Tamio, oder sonstiges. Also, wir überlegen uns, oder haben uns bis dato immer was überlegt, wird jetzt auch ein, wird jetzt auch monatlich stattfinden, einfach weil auch sehr viel, äh, Zuspruch, äh, an das Format oder zu dem Format kommt, oder wie auch immer. Nächstes Format, Modern, da hat's auch zwei Bands gegeben, und zwar ist das eine Golgari-Grave-Troll, und das andere ist Getaxian-Probe. Ähm, wer mich kennt, oder ihr wisst das ja mittlerweile, Modern ist irgendwie, mein, gewisse Hassliebe, weil ich gerne einige Decks spielen würde, wie Descent Texas und, äh, Jeskai-Control und solche Sachen. Es ist aber einfach, wenn man nicht dieses, dieses Straight-Combo-Zeug spielt und der Gegner einfach niederfetzt, oder wenn man nicht das Junt-Tag ist, das halt sehr viel, äh, Cheap-Interaction hat, dann wird das einfach nichts, oder dann, dann funktioniert das halt nicht so. Auf jeden Fall, zumindest wurde Dredge einmal ein wenig geschwächt durch den Band von Golgari-Grave-Troll, ähm, obwohl, ich glaube, die eigentlichen Probleme sind Priced Amalgam und, äh, Cataric Reunion, der Grave-Troll, den kann man ersetzen durch, ich glaube, Golgaris sagt, kann man den ersetzen, weil der Dredge ist für 5, ähm, von daher keine Ahnung, inwieweit sich das verändern wird. Das andere ist Getaxian-Probe, das wurde gebannt, im, war, also die Begründung ist, weil man eben für 2 Leben weiß, wo, äh, wie, wie man gegen eine gewisse Hand spielt und noch eine Karte zieht, das war halt wichtig für Infect, das war wichtig für Deathshade oder so, ähm, ja, ich bin kein Freund davon, Card-Draw zu bennen, ich, ich, ich kann das Argument verstehen, ich finde es aber nicht toll, äh, von daher, bruh, keine Ahnung, ich bin eigentlich eher ein Freund von Sachen in Modern anbennen, das Effiziale, ein Jayce, der Mindsculpt, da kommt Turn 4, wenn ich banned bin, vielleicht Turn 3 und gewinnt das Spiel dann trotzdem nicht gegen, gegen Infect oder gegen einen Turn 3 Khan oder gegen, was weiß ich was, ja, oder gegen eine Board Presence von Dredge, mit der du einfach nicht mehr richtig interagieren kannst, eben dasselbe Stone Fudge. Also, ähm, ich würde den Leuten derzeit auch empfehlen, wenn man Modern spielt, baut euch irgendwas, was schnell ist, baut euch irgendwas, wo ihr wenig Interaktionen habt, einfach damit du euren Gameplan schnell durchziehen kannst, oder spielst Chant oder Abstand-Varianten. Eben auch Fatal Push ist wahrscheinlich für, für die Eternal Formate oder für die älteren Formate wie Modern eine sehr gute Edition, ähm, ansonsten, äh, die, die Expertisen, weiß nicht, inwieweit die spielbar sind. Also, ich hab, ich hab schon Decks gesehen, die die Expertisen spielen, einfach, weil man so Sachen wie Back and Call, äh, für zwei Mana spielen kann und vier Karten ziehen, vier Vögel bekommen, ist nicht das Schlechteste. Auch Boom, Bast. Und einfach alle Länder zu zerstören, ähm, also da gibt's schon, der, der Brewer findet da sicher einige Sachen und ich würde mir wünschen, dass da mehr Leute eben, was machen würden, weil mein letztes Modern-Turnier ist nicht so spannend verlaufen, aber lassen wir das einmal. Ihr kennt ja meine Einstellung zum Modern. Nächstes Format, das wir haben, ist Legacy und also je mehr ich Legacy spiele und je mehr ich mich mit Legacy beschäftige, ist das eigentlich mein Favorite-Format mittlerweile, weil die Decks sind halt alle overpowered, aber eben wirklich alle, also es gibt nicht einzelne Decks, die da viel zu stark sind oder zu schwach, sondern es gibt einfach nur Power. Ähm, und Fatal Push ist auch, äh, eine Karte, die halt auch sehr viel High in Legacy bekommen hat, weil's sehr gut ist und, ähm, ja, prinzipiell Legacy, ähm, die Decks, die ich spiele, Death in Texas, hat mit Conspiracy 2 sehr geile Sachen dazu bekommen, mit Sanctum Prelate und Recruiter of the Guard, ansonsten die ganzen Blade-Decks natürlich immer spielbar äh, und wie man derzeit auch sieht, ist Legacy ein bisschen der Trend zu diesen midrangigeren Decks, äh, gerade weil die Legacy-Szene verfolgt, die ganzen Sultai-Leovolt-Decks mit, True-Name-Nemesis und sowas, also da gibt's sehr geile Sachen derzeit, ähm, kann ich auch nur, wie gesagt, im Spielraum am Mittwoch findet immer das Legacy-Turnier statt, es gibt oft Leute, die mehrere Legacy-Decks hat, also wenn man wen fragt, gibt's sicher die Möglichkeit, dass man mal mitspielen kann, wenn's einen interessiert, ähm, natürlich kostet das ein bisschen was, wenn man sich das Werk selber bauen will, aber man kann ja mit einem günstigeren Deck anfangen und sich dann langsam, äh, den Pool zusammenlegen, beziehungsweise auch im Freundeskreis gibt's sicher immer wieder Leute, die einmal die eine oder andere Karte zum Herbogen haben. Kommen wir zum letzten Format, das ich heute gerne kurz besprechen würde, in meiner Pseudo-Format-Analyse Highlander. Highlander gibt's einen super Boom im Spielraum gerade, ähm, spielt heute eine riesen Commander-Community, jetzt haben wir eine relativ große Highlander-Community, mittlerweile auch, ähm, Highlander, wenn ihr die Deck-Checks gesehen habt, beziehungsweise den, äh, einen der letzten Magic Dogs, 100-Karten-Deck, gibt's eine eigene Bandlist, jede Karte darf nur einmal gespielt werden, und es gibt so viele lustige Decks, die man ausprobieren kann, es gibt, ähm, so viele tolle Interaktionen, die Highlander-Community ist eine sehr coole, weil wir haben von White-Winnie-Agro über Creatureless-Combo, Creatureless-Control bis zu Four-Color-Meet-Range-Decks, äh, alles, und letzten Samstag waren wir, waren wir acht Leute, hätten wir eigentlich so ein kleines Turnier spielen können, aber haben wir auf jeden Fall extrem viel gespielt, ich bin ein großer Fan von Highlander, weil es so ein wenig das Magic ist, wie es, wie es früher halt war, oder wie man halt begonnen hat, weil wir erinnern uns alle, wie wir begonnen haben, irgendwelche Karten zusammenpacken, spielen und einfach Spaß haben, genau das ist Highlander, es gibt, also Highlander ist schon competitive ein wenig, auch gerade in unserer Gruppe, ähm, aber es stört niemanden, wenn ihr Karten procs, und, ähm, einfach einmal das spielt, worauf ihr Spaß habt, und ich glaube, das ist, egal wie competitive man ist, und egal wie wichtig einem GPT's und PPTQ's und whatever sind, ähm, wenn Magic keinen Spaß mehr macht, dann kann man es vergessen. Und Highlander ist halt wirklich das Format, das mir derzeit am meisten Spaß macht, also neben Legacy, von daher würde es mich freuen, wenn die Community natürlich auch wächst, und wir können da wirklich auch mal ein größeres Turnier veranstalten und vielleicht auch ein bisschen, wenn ich uns ein kleines Special überlege. Gut, ich glaube, für die Pseudo-Format-Analyse war es genug, ihr könnt euch, ihr macht euch natürlich selber ein Bild von den ganzen Formaten, äh, ihr werdet es dementsprechend auch wissen, wie es, wie es bei euch ausschaut, die Formate, was für euch gut ist, was nicht ist. Ich würde, wie gesagt, jeden einmal ans Herz legen, von dir ausprobieren, gerade den Standard-Spielern oder die, die vorigen Season Standard gespielt haben, und probiert es einmal Highlander aus. Sehr geiles Format. Danke fürs Zuschauen, ihr könnt natürlich wie immer liken, subscriben und kommentieren auf Facebook, Youtube und Twitter, und wir sehen uns natürlich auch immer wieder im Shop. Danke fürs Zuschauen. Tschüss! 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 Tschüss!